WTF? Hi! Und, wie geht's jetzt? Ich glaub, ich hab mir beim Werfen den Arm verrenkt. LOL! Bambus Wunschgrund! Der Treffung für alle Morrowisten! 50 Yen und furchtbare Schmerzen erwarten euch! Was sind alles Grün? Oh mein Gott! Was sind doch Drogen? Nimm mich! Bäh! Das wird auch zuisch! Schräg rüberkommen, wenn man sagt Nimm mich! Ah! Beklauen wir mal die Toten! Naja, alles lebt! Wir beklauen die Toten! Vielleicht ist ein Ende da drunter? Haben N und ich jetzt einen romantischen Ausflug? Oh, das Bild ist cool! Oh, wie ein Windchen! Oh! Dieser Hund tut mir leid! Ich verstehe! Keiner weiß, was du machen könntest und alle schicken die kleinen Menschen-Lady hin und her! Hey! Ich hab bei Werfen gedacht! Ich hab bei Werfen gedacht! Ja, ich bin weg! Jetzt du, du hast die doch! Nein! Ich bin die Unschuld vom Lande! Ich hab bei Werfen gedacht! 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 Wie du siehst, sind das alles kleine Ausschnitt aus Projekten, die ich bisher auf meinem Kanal gemacht habe. AMV, Zeichnen, Let's Play, Streamen, wirklich alles wird es hier auf diesem Kanal weiterhin geben und eventuell auf neuen Content. Ich hoffe, es wird dir auf meinem Kanal sehr gut gefallen. Liken, abonnieren, kommentieren und ich hoffe, du wirst sehr viel Spaß an meinen Videos haben, so wie ich es habe, sie zu produzieren. Ich hab bei Werfen gedacht! 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 Vielen Dank.